Musik Von seiner Politik halte ich sehr viel. Ich finde ihn super. Und mir gefreut, dass er solche Veranstaltungen besucht, was andere Herren in seiner Position eigentlich nicht machen. Ich wünsche es ihm, dass er wieder Innenminister wird. Das freut mich natürlich, es gibt nichts besseres als einen Zuspruch und das zeigt, dass wir glaube ich am richtigen Dampfer unterwegs gewesen sind im Zuge unserer Regierungsbeteiligung und es freut mich insbesondere, dass natürlich auch diese ganze Arbeit, die wir im Innenministerium geleistet haben, eine positive Resonanz findet und uns soll es nicht scheitern, wir würden gerne weitermachen, wenn uns die Wählerinnen und Wähler entsprechend stärken, dann steht dem nichts im Weg.